Neue Hoffnungen. Neujahrsempfang des DOSB im Frankfurter Römer. Das Wetter verhinderte die Anreise einiger Gäste, trotzdem es war eine stimmungsvolle Veranstaltung im Kaisersaal. Der Blick geht nach vorne, Richtung Sochi 2014. Die guten Ergebnisse der Wintersportler in den letzten Wochen lassen so einiges für die nächsten Olympischen Spiele erwarten. Neue Kampagne. Schmidt Media hat für den Versicherer der deutschen Olympiamannschaft Zürich einen actionreichen Werbespot produziert. Mit dem besten deutschen Snowboarder Konstantin Schad drehte das zehnköpfige Filmteam Anfang des Jahres im Skigebiet Grasgären im Allgäu. Ab Februar wird der Film bundesweit im Fernsehen zu sehen sein. Neuer Auftritt. Vision Gold ist auch im Internet auf Facebook vertreten. Hier findet man spannende Informationen, lustige Bilder und jede Menge News. Einfach mal reinklicken. Facebook.com slash Vision Gold TV. Gefällt mir. Neue Ziele. Nach den Neujahrsempfängen im Schloss Bellevue und dem Frankfurter Römer lud nun auch Schmidt Media ein. Dabei gab es in Nierstein nicht nur den ausgezeichneten Riesling vom Roten Hang, sondern auch intensive Gespräche zu aktuellen Projekten. Der Leichtathletik-WM in Moskau, der IOC-Session in Buenos Aires, wo der Nachfolger von Präsident Rogge gekrönt wird oder dem AIMO-Treffen in der Toskana.